Im pulsierenden Zentrum Hamburgs, unweit der Alster und fußläufig zur beliebten Shoppingmeile Mönkebergstraße empfängt das stilvolle Hotel City House seine Gäste aus aller Welt. Zentral gelegen im angesagten Szeneviertel St. Georg mit vielen Restaurants, Bars und Bistros ist es das ideale Hotel für ihre Stadt oder Businessreise. Nicht nur die zentrale Lage in direkter Nachbarschaft zum Hauptbahnhof und dem Deutschen Schauspielhaus, sondern auch das außergewöhnliche Ambiente der aufwendig restaurierten Stadtvilla machen das Hotel City House zu einem Geheimtipp. In unserem Hotel erwarten Sie 30 mit viel Liebe und Stilgefühl eingerichtete, stückverzierter Einzel- und Doppelaltbohrzimmer im englischen Landhausstil. Hier treffen sich Tradition und Moderne, denn natürlich sind alle unsere Zimmer mit kostenlosem WLAN und einem Flatscreen ausgestattet. Lassen Sie sich an unserem Frühstücksbuffet von den Speisen und Produkten aus der Region überzeugen und genießen Sie ein umfangreiches Angebot an Kaffee- und Teespezialitäten. Sollten Sie einmal keine Lust auf die Sehenswürdigkeiten und kulturelle Szene der Stadt haben, empfehlen wir Ihnen einen Spaziergang entlang der Außenalster. Nur 700 Meter vom Hotel entfernt beginnt die ca. 8 Kilometer lange Strecke auf Sandwegen. Haben wir Ihre Neugiergebäck? Dann schauen Sie doch einfach in unserer Stadtvilla vorbei. Wir freuen uns auf Sie! Wir freuen uns auf Sie!